Hallo, schön, dass ihr da seid. Was machst du in deinem Leben? Außer übertrieben gut auszusehen, mein Freund. Damn, ich weiß, warum du ihn genommen hast. Er sieht extrem gut aus, ich schwör's dir. Ich würde ihn nehmen, wenn du ihn nicht willst, ganz ehrlich. Soll es irgendwann nicht mal laufen. Bruder, Instagram, The Great Navy, schreib mich an, glaub mir. Ich mache Sachen mit dir, was sie sich noch nicht traut. Bruder! Du lächelst, sie guckt schon langsam wüten. Okay, ihr seid auch ein Pärchen? Und er sieht auch wie ein guter Aussehender Mistkerl aus. Was ist denn los mit euch allen? Worum siehst du so gut aus, Mann? Bro, sorry, aber stellst du, manchmal will ich auch ein bisschen Vanille trennen, weißt du das mal? Was hast du Romantisches gemacht, um sie zu beeindrucken? Nicht viel. Nicht viel! Ach guck mal, das sind so Leute, die übertrieben gut aussehen, die müssen gar nichts machen. Ist er? Sag es einfach, Stopp! Ich habe gerade euch Beine verwechselt, Alter! Du bist ja ein Schaschlikspieß, mein Gott! Erstmal Applaus für den schönen Pärchen hier vorne. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Herzen.